So, vielen Dank Kollegen, jetzt geht's ins nächste Motiv. Dazu bräuchte ich den Andreas Giebel, den Florian Kahlheim, die Monika Gruber, Christine Neubauer. Vielen Dank. Sie wollen noch mal gestürzt, okay. So, jetzt geht's hier auf. Ist das doch so? Ja, bitte doch. Bitte. Ich bin näher am Brunnen hin, näher zum Brunnen, die ganze Halle näher zum Brunnen einmal hin. So, hier geht's doch. Jetzt bitte hier reinschauen, hier unten zum Brunnen. Hier unten zum Brunnen. Und was hier? Juhu. So, jetzt die Ecke gießt. Ich ziehe sie noch mal. Ich ziehe noch mal. Juhu. Ah. Das ist so normal. Das mach ich immer. Auf Wagen. Ich ziehe noch mal kurz. Ein Traum. Ein Traum. Darf ich noch mal kurz? Inszenieren? Darf ich noch mal inszenieren? Darf ich noch mal inszenieren? Ja, jetzt warte. Ein, gell, gell, gell. So, okay. Jetzt haben wir ihn zu Tode gegossen. Saat, jetzt kommt der Leiter. Oh, ich darf nicht. So, jetzt kann ich hier, da. Oh, das ist ein Köln. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf, den ist her. Jawohl. Gut sehe ich denn. Oh, nun mal kurz. Na, nimm das hier nochmal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017